Hallo und herzlich Willkommen, ich bin euer MrWelder1974, wir sind bei Folge 35 von Gabe Wright's 20th Anniversary Edition, Sins of the Fathers und hier bin ich total falsch, deswegen ist mir das jetzt egal, wir vergessen den Trommel, wir vergessen die Zeichen, ich mache jetzt das was ich weiß. So, Kreis, ne? So, das war in einem der Beispiel, weiß ich nicht mehr welcher das war, aber wir haben ja unsere freundliche Base-Taste, siehste, das ist neu. Es gibt ein Knochenknochen, über die Größe von einem Quartner, in der Holzspanelung auf der Wallen. Etwas über dieses Knochenknochen sieht man familiar. Hm? Es bewegt. Ich wusste es. Gut. Es ist vorbei. So. Äh, so, jetzt brauche ich den Peilsender. Ich brauche ich den hier. Das Signal der We... Dann pack den runter, okay. Okay, Mosley, da ist dein Signal. So, kann ich jetzt hier einfach raus? Gabriel fragt, ob Mosley alles, was er braucht, um den Trommel zu folgen. Das weiß ich nicht, aber haben wir jetzt nicht viel Einfluss. Wir sind da! Ah! Der Elevator stoppt in einem Raum, unter einem Kathedron. Express Elevator zu hell. Ja. Ja, du sagst es. So, da wir ja leider wissen, dass man hier sterben kann, ähm, sollte ich aufpassen, dass ich hier nicht draufgehe. Das Stück von Kunst auf der Wand sieht, wie etwas, das die Gettys aus Afrika haben transplantiert. Der Elevator öffnet sich in einem kleinen Lobby-Locker. Das System betrifft. Und der Entwurf ist, was die ganze Zeit nicht verurteilt ist. Ja. Aber, das ist für mich sicher. Ja! Ja! Wir haben hier keine die Schmerzen. Heute? Was ist das? Das glaube ich. Ist auch ein Kreis, ne? Kannst du das ansehen? Der Keypad hat einen Button und eine Karte. Ah, hier! Das Signum hat sie sieben Zähne. Ah! So kann ich die Tür anerkennen? Ja! Klar! Sicher! Klar! Klar! Das sieht aus wie eine Supply-Rolle. Okay. Keine Ahnung für Voodoo-Fashion. Aber es wird die Arbeit gemacht. Diese Robes werden gute Geschäfte. Keine Ahnung für Voodoo-Fashion. Keine Ahnung für Voodoo-Fashion. Aber es wird die Arbeit gemacht. Ich denke, ich werde diese Wolf-Mask für mich nehmen. Okay. Das ist perfekt für Moseley. Und diese Boer-Mask für Moseley. Wenn er es überhaupt macht. Okay. Gabriel will nicht unter den Skagen setzen, bis er es braucht. Es sieht heiß aus. Okay. Eine meine Liste. Tja, dann ist das jetzt Raum 8. Und jetzt Raum 6. Jetzt will ich den da. Ach, Raum 6 ist... Okay. Okay, okay, okay. Also Raum 6 ist der Ausgang. Dann gehen wir zum Uhrzeigersinn. Jetzt ist da noch keiner. Aber wahrscheinlich kann ich sowieso irgendwie nicht gewahnsinnig weit weg gehen. Dann machen sie mich eh kalt. Okay, was ist das? Okay, was ist das? Also Raum 8 ist uninteressant. Raum 7 haben wir erledigt. Jetzt sind wir jetzt bei Raum 9. Dann wissen wir, wo 12 Räume da gibt's. Soll. Hier ist ja auch... ...die... ...ganz große Raum. Das ist wohl richtig. Nein, danke. Ich ging bevor ich ging. Der Hound 4 ist dekoratiert mit Preise... Ja, das ist ja. Okay. Also Raum 9 war auch 4 Tonne. Gucken wir uns mal Raum 10 an. Das gehört ganz schön, aber genau. Woher es kommt? Aber bleibt trock. Was ist das? Ähm... Sind das die ganzen Tiere, die geopfert werden? Ähm, sind das… Die kleine Schiffe haben verwendet und Schäden. Ähm, das ist ja... Gabriel would love to release the animals, but animals running through the halls would probably alert somebody's attention. Although Gabriel feels sorry for the doomed creatures, he wouldn't get far on his mission tearing around live animals. I don't know how much of the animals are, right? The poor chickens are history. Gabriel would love to... This snake is quite a bit larger than the one they use in the rituals. I'm finished. He's more of a tribal mascot. He's obviously too large for one person to handle. You could probably swallow one of those goats, couldn't you? The snake does not reply. No, you operate the python. The king does not have the Geez to hide. Well, the next one. Well, we'll take the next one. Okay, we'll do that. The snake has only 11 snakes on it. Let's go. Wir haben jetzt gleich die Runde geschafft. Okay. Dies ist auch ein Ruheraum. Das ist langweilig, da passiert nichts. So, Raum 1. Das ist langweilig. Es ist langweilig. Raum 2. Die Runde riecheln von Malia. Die Runde riecheln von Malia. Okay, da ist sie. Tattalo, komm zu mir. Die Runde riecheln von Malia. Die Runde riecheln von Malia. Was ist das, du suchenst, Kind? Tattalo, ich bitte dich wieder. Für meine Sache. Spre Gabriel's Leben. Ich werde nicht mehr schütze oder schütze diesen. Er wird nur die Runde riecheln. Gabriel wird niemals mich schütze. Er wird. Wie Günter hat mich schütze. Er wird von der Licht. Er wird die Runde riecheln. Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Du warst. Aber Gabriel ist anders. Ich... Ich kann nicht mehr schütze dich. Ich kann nicht weitergehen. Ich kann nicht weitergehen. Ich kann nicht weitergehen. Ich habe schütze dich. Weil du dich auf der Licht rausfloh warst. Aber du knifst jest, dass die Licht nicht mehr hat dich. Du verrückst es nur wenn du dich da bist. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das Art von mir, diese Leben ist zu schwer. Ich muss sie frei sein. Du Mensch hätte sie frei sein. Ni kannst nie frei sein. Du sie sehen, meinevenir. Was ich dir gesagt ist wahr. Du wirst sie sehen. Er will Malia tatsächlich noch ihrem Schicksal entgehen, ja? Das war klar. Ja, ja. Das ist klar. Nö, das denke ich auch. Das brauchen wir auch nicht mehr kopieren, das kennt er, ne? Äh, unser Skizzenbuch. So, brauchen wir auch nicht mehr kopieren. A second door leads off at a bedroom. A decorative vase occupies a pedestal just inside the door. Okay, hier ist nichts mehr. Okay, das ist Malias Raum. Und dann wird Dr. John irgendwo auch sein. Okay, bei Raum 2 ist sie. So, dann haben wir noch bei Raum 3. So, warte, wer kommt, desto eher gehe ich davon aus, irgendeiner steht auf dem Flur. Das macht mir mehr Sorgen. Weg, 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 weg. Also, Raum 3 ist Dr. John. Okay, wir haben uns Gott sei Dank nicht gesehen. So, was haben wir denn da Spannendes? Wo ist das denn? Die, äh, super geheime Voodoo-Zentrale, oder was? Die Whiteboard enthält, was wie Calculus-Äquationen. Wer weiß, was diese Leute auch in. So, was haben wir da? Die Nolands-Underworld ist wahrscheinlich weg von diesen Desken. Ja, da wirst du recht haben. Die Desken sind lockt. Gabriel ist kein Techie. Er würde gar nicht wissen, wie er diesen Computer öffnen würde. Er soll ihn nicht öffnen, er sollte ihn nur benutzen. Das tut er aber nicht, ne? Obwohl Gabriel kein Computer-Expert ist, sie sehen wie hochpreis-Modelle für ihn. Keine Ausgaben wurde in den Kartell-Händen gebrochen. Ein Porträt einer wunderschönen, intelligenten Frau ist auf der Wand. Sie erinnert Gabriel von Malia. Seine Mutter, vielleicht? Obwohl Gabriel liebt das Bild, er will nicht, dass er es gerade umgebracht hat. Ich verstehe das gar nicht. Das muss wohl eines der Geschäftsaufgaben des Getty-Kartels sein. Ich bin euer Mr.Venom1974 und ihr Spaß habt, damit ihr abonnieren, kommentieren, bewerten und wir sehen uns. Gleich wieder, ihr Hasis. Bis dann. Tschüss.